Hallo und herzlich willkommen zu einem Video, das ich glaube ich seit 2019 auf dem Schirm habe und heute ist es endlich, soweit wir testen, die HPI 210 kontaktlose digitale Sportzündung. Viel Spaß beim Zusehen und los geht's! Die HPI 210 Zündung steht nicht nur schon ewig lange auf meiner Liste, sondern ich habe sie auch schon eine ganze Zeit zu Hause liegen. Dank Christoph Lechner, der hat diese Zündung nämlich gebraucht, zur Verfügung gestellt, dass wir sie testen können und heute schauen wir uns mal an, was sie besonders macht und was sie alles gut kann. Schauen wir uns als erstes mal die Eckdaten der HPI 210 an. Im Lieferumfang ist neben dem Rotor auch der Startort, die Zündspule und die CDI mit einem Halter für die Zündspule und ein paar Schrauben halt eben enthalten, dass man das ganze Ding befestigen kann. Es dürfte ursprünglich für die Vespa konstruiert worden sein und dann ist es halt wie viele andere Zündungen auch mit der Grundplatte auf Puch-Mopeds angepasst worden. Laut Angabe 40 Watt, 12 Volt, AC und DC. Das heißt, es gibt wieder zwei verschiedene Kabel, wo wir uns draufhängen können und je nachdem, was wir für eine Spannung brauchen, können wir dann den richtigen Verbraucher draufhängen. Natürlich haben wir bei HPI immer auch Dokumentation dabei. Der eine Teil hier ist speziell für die 210 und der zweite Teil, wo es um die Einstellung bzw. ums Auspinnen geht, ist genau der identische wie von der HPI 420, die wir schon von ein paar Jahren ausprobiert haben. Was ich bei der Anleitung ehrlich gesagt sehr schade finde, ist, dass kein Kabeldiagramm dabei ist, wie man dieses ganze Ding anschließt. Das bekommt man erst, wenn man den separat erhältlichen Regler für die Spannungsversorgung dazu nimmt. Ja, das ist eine Zündung, die mit 40 Watt Leistung, AC, DC wirbt, aber der Regler ist nicht dabei und die Anleitung, die man anschließt, auch nicht. Die kosten nämlich 45 Euro extra. Ihr könnt euch auch nicht einfach denken, ich brauche den Regler nicht, ich hänge einfach einen Zwischenwiderstand rein. Der Regler ist zwingend notwendig. Dieses Ding haut ohne Regler, wenn es am Stand läuft, 24 Volt raus und wenn ich Vollgas gebe, zeigt es mir einfach nur mehr XXX an. Also mein Multimeter sagt schon, das ist mir zu hoch und deswegen, ja, ihr braucht den Regler unbedingt. Wie es einem die Anleitung schon verratet, kann man die HPI 210 für Linksdreher und für Rechtsdreher verwenden. In unserem Fall beim E50 ist es natürlich ein Rechtsdreher. Hier sieht man gleich, dass man auf keinen Fall vergessen sollte, den richtigen Abzieher mitzubestellen. Der passende Abzieher ist der von der Kupplung bei dem E50 Motor mit dem Bügel und den drei Schrauben. Sehr günstiges Ding und wenn man einen E50 hat, braucht man das sowieso, also ist es die Investition auch wert. 250 Euro kostet dieses Ding beim Puchshop ursprünglich, wobei es eigentlich jetzt schon seit Ewigkeiten auf Dauerreduzierung ist. Der Zubehör, den es für die 210 gibt, ist der Seilzugstarter. Als erstes einmal, das interessiert relativ viele Leute und es gibt auch eine Erschwerungsplatte. Wobei ich hier dazu sagen muss, genießt diese Erschwerungsplatte mit ein bisschen Vorsicht. Bei der von Haus aus doppelt so schweren 420 HPI haben wir damals 320 Gramm draufgegeben und sie war für Schaltmotoren immer noch komplett ungeeignet. Die Erschwerungsplatte für die 210 hat gerade mal 280 Gramm. Also für Schaltmotoren würde ich euch nichts ans Herz legen. Ersatzteile sind für die HPI 210 prinzipiell gut verfügbar, außer der Stator. Den muss man bei HPI Österreich bestellen, nämlich bei MW Technik. Alles andere bekommt man sonst auch easy und sie hat natürlich auch mit der CDI wieder eine digitale Zündkurve drinnen, die man auch in der Betriebsanleitung finden. Das Einbauvolumen von der HPI 210 ist nahezu identisch wie bei der 420 HPI. Es ist eine sehr kleine Zündung, das heißt man braucht beim Moped eigentlich nichts verändern. Man braucht den Rahmen, keine Löcher bohren, man braucht die Seitenverkleidungen nicht zerschneiden. Ich rede hier natürlich jetzt von einem Fahrzeug, was sonst mehr oder weniger original ist. Super mag sie halt eben und wie ihr seht, seht ihr nichts. Und auch von der anderen Seite ist die Zündung schön versteckt und getarnt. Schauen wir uns den Einbau an, ein paar kleine Finessen gibt es nämlich. Ihr müsst den Stecker auspinnen, das seid ihr auch von den letzten HPI Videos schon gewohnt. Nehmt euch einfach eine rostige alte Düsennadel her, schleift sie ein bisschen ab und ihr habt das perfekte Werkzeug, dass ihr euren HPI Stecker auspinnen könnt. Die Anleitung dazu in Bildform gibt es auch dazu zur Zündung. Ihr müsst euch in der linken oder rechten Seitenverkleidung, je nachdem wo ihr euren Luftfilter habt, ein kleines Flacheisen biegen. Sowohl der Spannungsregler als auch die CDI passen dort mit einem leichten Winkel schön rein. Die Kabelstreifen, nirgends ist genug Platz, dass ihr das dort alles unterbringt. Die eine Sache, die euch sofort auffallen wird, wenn ihr die Geschichte mal so an die Stellen gepackt habt, wo ihr sie haben wollt, ist, dass die Kabel viel zu lange sind. Das ist jetzt nicht unbedingt schlecht, aber es ist halt einfach ein bisschen ein Kabelsalat. Das heißt, ihr habt zwei Optionen, entweder ihr macht überall Ringerl und macht die mit Kabel wieder schön fest oder ihr kürzt die Kabel und gebt neue Kabelschuhe drauf, ein bisschen mehr Ordnung. Hier drüben kommt unser Kabel jetzt noch wieder raus. Ich habe die Pins wieder in der richtigen Reihenfolge reingesteckt. Das ist von dem Stecker, also von dem Clip weggesehen, blau, weiß, schwarz. Und jetzt kommt hier unsere wunderbare Seitenverkleidung ins Spiel. Da können wir den Stecker nämlich einfach anschließen. Und hier kommt aus dem Gleichrichter jetzt gelb zweimal auf einen Kabelschuh zusammen. Und das Kabel, was von der Zündung kommt, hat auch ein gelbes Kabel und die werden beide zusammengeschlossen. Ein gelbes Kabel von der Zündung auf zwei gelbe Kabel vom Gleichrichter. Als nächstes ist die Zündspule dran. Die hat hier diesen schönen Bügel, dass wir sie am Rahmen fixieren können. Beim E50 ist hier ein kleines Eck im Motorblock drinnen. Das passt überraschend gut, dass man hier mit einem kleinen Spacer dahinter schön die Zündspule fixieren kann. Ich habe hier jetzt eine M6er Schraube genommen und eine Mutter als Spacer. Das ist hier jetzt schön fest drauf. Wenn man das hier jetzt ein bisschen auf die Seite tut, die Lusterklemme und den Benzinschlauch, dann passt das hier hinten schön rein. Hier kommt jetzt noch eine M6er Mutter drauf und dann hält das hier bombenfest drinnen. Ich habe den Benzinschlauch jetzt mal auf die Seite getan, dass ihr hier ein bisschen besser sehen könnt. Wir müssen hier jetzt nämlich zwei Sachen anschließen, die von unserer Seitenverkleidung kommen. Das erste ist das orangene Kabel hier. Das ist die Stromversorgung für die Zündspule. Die gehört hier oben einfach drauf gesteckt. Und hier haben wir jetzt noch ein paar Massepunkte, die von der Seitenverkleidung kommen. Kein einziges Bauteil dort hat Masse, weil das halt auf Plastik befestigt ist. Und da haben wir einmal die Masse von der CDI selber. Und dann haben wir noch einmal ein schwarzes Kabel. Das ist die Masse von unserem Spannungsregler. Und die hängen wir jetzt beide hier auf die hintere Inbusschraube. Das ist ein bisschen eine Spielerei, weil, wie ich es euch schon gesagt habe, es sind hier die Kabel teilweise sehr, sehr kurz zum Beispiel vom Regler. Und von der CDI ist es halt wieder unnötig lange. Aber da kann man drum herum arbeiten. Das schwarze Kabel, was hier aus der CDI kommt, ist vom Vorbesitzer schon notdürftig verlängert worden. Das ist hier unten schwarz-weiß, das ist der Absteller. Und der gehört natürlich auf der Blockklemme, genauso auf schwarz. Und dann haben wir hier das rote Kabel, was von unserem Spannungsregler kommt, für die DC-Konfiguration. Ich schließe das jetzt einfach mal an für euch, dass ihr das gesehen habt. Aber das kommt auf jeden Fall auf das gelbe Kabel hier vom Moped. Auch sehr, sehr kurz. Und das waren alle Kabeln. Jetzt können wir die Seitenverkleidung wieder drauf geben. Entschuldigt das Chaos, aber dadurch, dass ich das heute noch dreimal aufmachen werde, werde ich das jetzt einfach so zusammenstecken. Und wie man sieht, sieht man nichts. Alle drei Schrauben sind drinnen und fest. Und im Gegensatz zur Kokosan haben wir jetzt hier auch keine Tellen drinnen. Die Komponenten sind alle so klein, dass sie hier schön in die Verkleidung reinpassen. Warum habe ich mich jetzt eigentlich dazu entschieden, hier die sehr, sehr zuverlässige und auch elektrisch sehr kräftige Kokosan rauszunehmen? Das ist ein E50 Motor. Das heißt, desto weniger Gewicht wir auf dem Kurbeltrieb haben, desto besser können wir uns mit dem Einkuppelzeitpunkt und mit dem Anfahrverhalten spielen. Natürlich ist die digitale Zündkurve auch ein richtiger Gewinn. Und HPI Qualität kennen wir aus anderen Videos schon. Aber es ist hauptsächlich das Gewicht. Und was wirklich leichteres, außer diese Letra KZ, gibt es glaube ich nicht mehr wirklich für diesen Motor. Kommen wir zur Einstellung. Wenn die ganze Geschichte mal eingebaut ist, wird es nämlich kompliziert. Und dieses Mal übertreibe ich wirklich nicht. Ich verspreche es. Eine Innenrotorzündung ist noch einigermaßen verständlich. Aber wenn man dann eine Außenrotorzündung hat, wo die Zündspule innen drinnen sitzt, aber die Grundplatte außen über die Zündung drüber steht, dann wird es mit dem Einstellen echt verwirrend. Und ich sage hier, man kann diese Zündung nicht ohne Stroposkop, also ohne Blitzpistole und nicht ohne Tiefenleere oder Messuhr einstellen. Das wird einfach nichts. Ihr werdet euch vertun um einen Millimeter, die Zündung wird irgendwo stehen und ihr werdet euch den Zylinder anreiben oder Schlimmeres. Das heißt, meine Empfehlung auf jeden Fall Stroposkop und Messuhr. Es gibt hier jetzt keine spezielle Position, in der man das einbauen muss. In meinem Fall mit den Löchern, die dieser Motor hat, ist das HPI-Logo jetzt oben in der Mitte. Und ich habe, wenn wir hierher schauen, genug Platz, dass ich in den Langlöchern meine Zündung locker einen Zentimeter weit verdrehen kann. Dieser Stator ist vom Adapter hier auch sehr genau gefertigt. Das ist gut, weil er zentriert sich schön in dieser Bohrung, wo er rein soll. Aber ich würde euch empfehlen, dass ihr nochmal kontrolliert, aber wirklich ganz drinnen steckt. In dem, bevor ihr ihn festknallt, ihr einfach noch einmal auf die Punkte hier drauf schlagt und schaut, dass er wirklich ganz reingerutscht ist. Das nächste, was wir für die Einstellung machen müssen, ist unseren Motor auf 2 mm vor OT stellen. Das heißt, entgegen seiner Drehrichtung. Dafür nehme ich hier vorne jetzt mal die Zündkerze raus. Und für eine gute Einstellung ist unter anderem dieses Werkzeug hier notwendig. Das ist eine Messuhr, mit der man aufs Hundertstel genau die Position vom Kolben bestimmen kann. Ich muss das jetzt ein bisschen komisch drehen, dass es nicht spiegelt für die Kamera, aber macht nichts. Wir suchen jetzt OT, also den Umkehrpunkt, wo der Kolben seine Richtung ändert. Und die ist hier. Ihr seht, ich drehe in eine Richtung und der Kolben ändert seine Auslenkung. Das heißt, hier stellen wir auf 0. Und jetzt kommt wieder ein Punkt, wo die Hälfte aussteigt, weil sie nicht wissen, was der Unterschied zwischen links und rechts drehen ist. Wir haben hier einen E50, das ist ein Rechtsdreher. Und wir müssen 2 mm vor OT unseren Kolben jetzt positionieren. Das heißt, der Motor würde normalerweise nach rechts drehen. Wir wollen aber in die entgegengesetzte Richtung. Das heißt, wir drehen ihn jetzt gegen den Uhrzeigersinn. Wir machen eine Umdrehung, das ist ein Millimeter. Normalerweise schreibt die Anleitung jetzt vor noch ein Millimeter, aber ich möchte ehrlich gesagt auf 1,4. Das ist die Vorzündung, die ich hier anstrebe. Und jetzt ziehe ich das Polrad einfach runter. Wie ihr seht, das war noch nicht fixiert. Ich habe es nur zum Drehen verwendet. Hier bin ich jetzt auf 1,4 mm vor OT. Jetzt sind die zwei Zeichnungen hier oben interessant. Das ist wie gesagt ein Rechtsdreher. Das heißt, die Zündung zündet, wenn diese zwei Striche hier fluchten. Hier ist ein schwarzer Strich auf dem Stator und auf dem Rotor. Und wenn die zwei fluchten, dann fliegt der Zündfunken. Und wir wollen, dass er bei 1,3, 1,4 mm vor OT in unserem Fall hier zündet. Das heißt, er steht jetzt auf diesem Punkt, wo er zünden soll. Da haben wir ihn gerade hingedreht. Jetzt müssen wir nur noch hier unseren Schlitz auf dem Polrad finden. Man sieht ihn hier schön in der Mitte. Und müssen ihn hier auf die rechte Markierung stellen. Hier sieht man diese zwei unterschiedlichen Markierungen. Für den Rechtsdreher ist jetzt für uns diese hier interessant. Und ich habe jetzt immer ein Auge vorne auf die Messuhr, dass ich während ich das Polrad draufstecke, nicht meine Vorzündung verstelle. Schön vorsichtig, nicht die Kurbelwelle verdrehen. Dass diese zwei Punkte hier aufeinander stehen. Jetzt kontrollieren wir das Ganze hier nochmal. Ich bin um ein Zehntel gesprungen. Das heißt, ich bin jetzt auf 1,5 mm vor OT. Das ist kein Problem, das ist noch voll im Rahmen. Zum Schluss setzen wir uns noch in gewöhnter Manier, wie bei der 240er damals, die eigenen Markierungen auf dem Polrad. Der lange Strich ist 1 mm und der kleinere Strich daneben ist 1,5. Ich mache diesen extra Step einfach mit meinen eigenen Markierungen, dass ich mir wirklich sicher sein kann. Bei solchen kleinen Zündungen ist es sehr einfach, einen Fehler zu machen. Vor allem bei Modellen ohne Polradkeil. Und die haben dann leider Gottes meistens große Konsequenzen, weil der Motor anreibt oder einfach überhaupt nicht mehr funktioniert. Anfängerfreundlich ist es nicht unbedingt. Ihr wisst genau, wer ihr seid. Und für euch ist diese Zündung nichts. Da braucht man ein bisschen Übung. Wie gesagt, ich habe schon viele HPIs eingebaut und viele kontaktlose Zündungen. Und selbst ich bin da davor gestanden und habe mir ein bisschen den Kopf kratzen müssen, bevor ich die dorthin gebracht habe, wo ich sie haben möchte. Die Anleitung gibt übrigens an 2 bis 4 mm vor OT. Würde ich es vielleicht nicht so angehen. Ich würde eher mal bei 2 oder sogar weniger anfangen und mich dann langsam hocharbeiten. Kommen wir also zu der 40 Watt Lichtspule. Ich bin schon sehr gespannt, weil die HPI 210 ist eine ausgesprochen kleine Zündung. Und wenn das stimmt, was sie sagt, dann kämpft sie über ihre Gewichtsklasse. Christoph Lechner hat wie am Anfang des Videos gesagt, diese Zündung zur Verfügung gestellt. Aber es ist auf jeden Fall eine gebrauchte Zündung, wie man hier glaube ich unschwer erkennen kann. Und wenn man Sachen gebraucht bekommt, in welcher Form auch immer, muss man immer mit ein bisschen Vorsicht arbeiten, weil man nie weiß, was mit der Zündung vorher schon alles passiert ist. Und wie sich herausstellt, haben wir hier ein Exemplar ausgefasst, was absolut nicht mehr funktionstüchtig ist. Wir haben bei den ersten Versuchen beim DC-Kreis eine Spannung von 4,2 Volt gehabt. Das ist viel zu wenig für den Leerlauf. Und bei Volllast haben wir maximal 6,8 Volt zusammengebracht. Und haben sollte sie deutlich über 12. Und wenn wir den AC-Kreis gemessen haben, den ungleichgerichteten, nach dem Spannungsregler, dann haben wir überhaupt keine Anzeige auf dem Multimeter gehabt. Das heißt, hier drinnen sind die Dioden abgebrennt im Gleichrichter oder sonst irgendwas. Keine brauchbaren Werte rausgekommen auf jeden Fall. Das Licht war sehr, sehr schwach. Das Licht hat geflackert. Einfach eine ungute Situation und deswegen habe ich mal einen neuen Regler bestellt. Wie gesagt, habe ich gute Ersatzteile versorgen, hat aber trotzdem 45 Euro plus Versand gekostet, das gute Stück. Und jetzt seid ihr mal wirklich nicht böse. Dieser Gleichrichter kann in der Produktion maximal 3 Euro kosten. Das ist kein hochwertiger Regler und der Preis ist ein bisschen hoch für das Ding. Kurz und lang, es hat auch der Regler nichts geholfen. Es haben sich zwar die Spannungswerte minimal verändert, aber wir haben trotzdem noch immer nicht ansatzweise unsere Werte erfüllt, die uns unser Schaltplan raushaut für die AC und für die DC-Konfiguration. Und da kommt MW-Technik ins Spiel. Die haben uns super ausgeholfen. Es gibt diesen Stator nämlich Standard BI jetzt nirgendwo zu kaufen. Es gibt nur die anderen Teile und deswegen hat man mit dem Generalimporteur für HPI von Österreich reden müssen. Und die haben uns das Pronto besorgt. Nachdem wir jedenfalls den neuen Stator und Router eingebaut haben, haben wir plötzlich 10,3 Volt am Stand. Das ist eine Spannung, die ich mir schon sehr gut einreden lasse für so eine kompakte Zündung. Das ist für mich in Ordnung und da leuchtet das Licht auch vernünftig. Dieses Moped dreht 8000 Touren oder ein bisschen drüber und wenn wir das unter Last prüfen, sprich mit Licht an und mit einer Batterie angeschlossen, dann kommen wir auf 13 Volt Ladespannung. Das ist in Ordnung, damit kann man eine Batteriespannung erhalten. Man muss auch dazu sagen, diese Batterie ist ein bisschen groß für unseren Test gewesen. Das heißt, wenn ihr wirklich eine Moped Batterie eingebaut habt, kann der Wert noch steigen. Die Lastmessung hat dann auf jeden Fall ergeben, dass die Zündung bei Vollgas mit maximal 1,15 Ampere in die Batterie hinein lädt. Das ist nicht viel, aber wie gesagt sehr kleine Zündung und das ist auch gerechtfertigt für den Bauraum. Was heißt das jetzt im Klartext? Wir haben knapp 13 Volt und einen Ladestrom von 1,15 Ampere und da kommen wir auf knapp 15 Watt DC. Und da schrillen jetzt schon die Alarmglocken bei denen, die ein bisschen mitgedacht haben, weil diese Zündung gibt an, dass sie 40 Watt haben sollte. Aber wir messen natürlich DC nach dem Gleichrichter und so ein Gleichrichter ist eine sehr ineffiziente Art und Weise, um Spannung zu wandeln. Das heißt, wir verlieren circa die Hälfte und das bestätigt sich auch, wenn wir das umrechnen, weil bei der AC Spule haben wir dann knapp über 30 Watt. Das ist ein Wechselstrom vor dem Gleichrichter und das trifft sich so circa mit der Verlustleistung, was man von so einem Gleichrichter erwarten kann. Es ist immer noch 10 Watt unter dem, was sie angibt, aber das ist plus minus okay, würde ich sagen. Was machen wir jetzt mit dieser Information? Wir haben halt den AC und den DC-Kreis. Habe ich schon im letzten Video erklärt. AC ist Wechselspannung. Damit können wir unsere Kühlfadenbirnen und unsere Schnarre betreiben. Das sind beides AC-Wechselstromverbraucher. Was machen wir mit den 15 Watt DC? Entweder wir können unser Moped auf LED umrüsten, was ich euch mit 15 Watt nicht empfehlen würde. Oder man kann auf diese 15 Watt DC ein Handyladegerät draufschrauben, wie wir es zum Beispiel bei der Wappe und bei der Cocosan auch schon getestet haben. 15 Watt ist nicht viel. Ich habe es mit unserem Handyladegerät aus dem Auto ausprobiert. Und ja, wenn man mit diesem Ding auf der Bundesstraße wirklich voll dahinsemmelt mit 60, dann kann man ein Smartphone laden. Nein, es ist kein Quick Charge. Es ist nur normale Ladespannung. Das heißt, auch wenn ihr navigiert oder einen Tracker im Hintergrund laufen habt, wie zum Beispiel Relief, wird der Akku sich entladen. Aber halt eben langsamer, als wenn er nicht angesteckt wäre. Man muss natürlich dazu sagen, dass mit so wenig Watt, 15 Watt, das nur funktioniert, wenn das Licht auch aus ist. Sobald man hier das Licht anmacht, egal ob Fernlicht oder Abblendlicht, dann ist es vorbei. Dann verbrauchen die Birnen die ganze Leistung und dann ist mit Handyladen nichts mehr. Es ist halt ganz einfach ein Kompromiss. Das ist eine sehr leichte, sehr kleine Zündung. Wir haben schon Vergleichsprodukte gehabt, wie zum Beispiel die Wappe-Zündung, die zwei Geräte gleichzeitig mit 70 Watt und Licht an mit Quick Charge laden kann. Aber das ist halt eine baulich größere Zündung, die besser für Schaltmotoren geeignet ist und für Fahrzeuge mit Drehzahlmesser. Das hier ist halt besser für ein Maxi geeignet, was möglichst wenig Gewicht braucht und möglichst klein ist. Kommen wir also zu Pro und Contra. Ich habe das schon lange aufgegeben, pauschale Empfehlungen oder Abrattungen zu machen, weil jeder seine eigenen Vorstellungen hat, was er braucht. Und deswegen schauen wir uns an, was die Zündung für euch bieten kann. Kontaktlose Zündungen sind natürlich verschleißfrei. Ihr stellt das einmal heim mit dem Stroboskop und dann habt ihr die Geschichte erledigt. Solange ihr das nicht runternehmen müsst, habt ihr keinen Verschleiß. Alles Solid State und natürlich nicht zum Nachstellen. HPI Ersatzteile versorgen ist gewohnt gut. Und wenn man die richtigen Wege trifft, wie zum Beispiel bei MW Technik, dann bekommt man sogar die Teile, die nicht in jedem anderen Shop erhältlich sind. Die Passform und Qualität sind von HPI sehr gut. Die Grundplatte, die da angefertigt worden ist, für die Buchmotoren passt hervorragend rein und man hat genug Einstellweg, dass man sich auf jeden Fall mit der richtigen Vorzündung trifft. Das Einbauvolumen ist sehr klein. Man bringt das, wie man gesehen hat, ohne dass man irgendwas von außen sieht, in das Moped rein. Ich habe ja vorher von Dauerreduktion geredet, das Ding kostet normalerweise 250 Euro, aber wenn man sich jetzt anschaut, die HPI 210 mit dem Spannungsregler, den man da extra dazukaufen muss, ist nur um ein H teurer als wie die HPI 420. Und bevor ich mir die schwerere Zündung mit der schlechteren Lichtleistung kaufe, nehme ich natürlich die HPI 210. Es ist ein Gerät ladbar unter Volllast, also wenn der Motor wirklich hoch dreht, das heißt, es ist theoretisch möglich, da ein Navigerät anzuschließen, aber seid euch halt bewusst, dass es ein Kompromiss ist. Es ist eine sehr leichte Zündung, da wird auch gleich das Gegenargument dazu auf der anderen Seite kommen, aber es ist halt optimal für E50. Beim E50 braucht ihr so wenig Gewicht wie möglich auf der Kurbelwelle. Die Kupplung ist schwer genug rechts, dass ihr links alles wegdebnen könnt, was ihr nicht braucht. Und wenn ihr eine Kombination aus gutem Licht und wenig Gewicht habt, dann ist es auf jeden Fall ein Gewinn für den E50 Motor. Und das letzte auf der Plusliste, dadurch, dass ich seit Oktober 2021 mit den elektrischen Problemen von dieser Zündung gekämpft habe, bis ich sie jetzt endlich gelöst habe, eine Ewigkeit später, kann ich euch auch sagen, dass dieses Ding sehr zuverlässig ist, zumindest was die Zündfunkenseite von der ganzen Geschichte angeht. Ihr kennt Sophie's Moped, das wird nicht geschont, das wird gefahren, Vollgas, egal ob es eiskalt ist oder nicht. Und es ist ein Alltagsfahrzeug, mit dem ins Büro gefahren wird. Und es hat bis jetzt noch nie Probleme gehabt. Der Zündfunken ist immer stark, die Zündkerze ist immer sehr schön sauber an der Spitze, das heißt, man sieht, dass sie sich gut reinigt. Und ich bin sehr zufrieden mit der Leistung. Und so leiten wir auch gleich über zu Contra. Meine persönliche Meinung ist, dass solche Zündungen auf einem Schaltmotor nichts zu suchen haben, außer mit einer Ausnahme, nämlich gebläsegekühlte Motoren. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen ZA50G habt oder einen gebläsegekühlten Viergangmotor mit einem großen Lüfterrad, wo noch ordentlich Masse dazukommt, dass der Kurbeltrieb ohnehin wieder schwerer wird, dann kann man das auch für Schaltmotoren verwenden. Aber primär ist das für Eingangautomatik oder Zweigangautomatik Motoren gemacht und deswegen für Schaltmotoren eher zu leicht. Da möchte ich auch kurz aufklären, bevor ich wieder 100 Nachrichten bekomme. Ihr könnt das Ding wirklich nicht fahren im originalen Zustand ohne Erschwerung durch ein Lüfterrad oder ähnliches. Selbst wenn ihr die Erschwerungsplatte draufgebt mit den knapp über 200 Gramm, ihr werdet das Ding entweder an der Ampel mit Vollgas losfahren müssen, dass es euch fast auskommt, wenn ihr aber losfahrt, oder ihr werdet es jedes zweite Mal an der Ampel abwürgen. Kabelbaum muss höchstwahrscheinlich modifiziert werden. Es ist wie gesagt ein Vespa-Produkt. Im besten Fall müsst ihr nur einen Kabelschuh ausbauen und den Stecker auspinnen und ein paar Kreise drehen und das mit Kabelbinder schön fixieren, weil einfach viel zu viel Kabellänge da ist. An anderen Stellen sind die Kabel wieder viel zu kurz, zum Beispiel die Masse von der CDI oder von dem Spannungsregler ist so kurz, dass man die Seitenverkleidung kaum wegbringt. Da wäre es besser, wenn man die Komponenten auf dem Rahmen irgendwo befestigt, da müsste man wieder Löcher reinbohren. Man sieht einfach, dass das Produkt nicht primär für Buchmopeds gebaut worden ist, aber das ist klar, das wäre viel zu viel Produktionsaufwand. Ein weiteres Contra ist, dass diese Zündung sehr schwer zum Einstellen ist. Ich habe es vorher eh erwähnt, der Rotor hat keinen Polradkeil, das heißt ihr habt keine Möglichkeit irgendwie einen Startpunkt festzulegen. Das einzige was euch überbleibt ist, dass ihr euch intensiv mit der Anleitung auseinandersetzt und dass ihr euch das Stroboskop und die Messuhr zu Hilfe holt. Für Anfänger definitiv nichts, ich würde da jetzt nicht blindäugig reinlaufen und ich würde vor allem nicht ohne Werkzeug versuchen diese Zündung einzustellen. Und das letzte was ich Negatives darüber zu sagen habe, bei einem von den Statoren, bei dem neueren tut sie das jetzt übrigens nicht, aber beim alten, ist der Rotor tatsächlich angestanden und hat das Kabel durchgescheuert und war jetzt kurz davor, dass er auch die Isolierung vom gelben Kabel mitnimmt. Und ganz zum Schluss von der Geschichte jetzt meine Meinung zur 210, ich habe sie eh schon ein bisschen durchtropfen lassen während dem Video. Für E50 super cool, ich mag wie sich dieser Motor verhält vom Einkuppelzeitpunkt her, dass er so rasch hochdreht und dann ordentlich Schwung hat, dass er die Kupplung mitnimmt, das passt sehr gut zu der Motorarchitektur. Und ich verlinke euch hier jetzt nochmal die Facebook-Seite von MW-Technik, die findet ihr unten in der Beschreibung, dort ist aktuell die HPI 210 für 222 Euro im Angebot, natürlich inklusive Regler, das heißt ihr steigt wesentlich günstiger aus und ihr findet auf der Facebook-Seite auch noch viele andere Puch-Tuning-Teile, die echt interessant sind. In dem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, ich hoffe immer ich konnte euch bei eurer Entscheidung helfen, von meiner Seite go for it, holt euch die Zündung und ich wünsche euch immer viel Spaß beim selber basteln und bis zum nächsten Mal.